Und was war noch? CJ ist bis Montag nicht hier. Der macht Urlaub. 51,3. 51,3. Hä, hast du nicht gesagt, er wollte Autofahren? Ja, vorgestern hat er sich bei mir verabschiedet und gesagt, dass er jetzt eine Woche im Urlaub ist. Hm. Ja. Ich hab gar keinen Kontakt mit dem aktuell. Und dass ich nicht sterben soll bis Montag. Okay, ne, wir haben gar keinen Kontakt. Oh, okay. Aus den Gründen? Ne, ich bin einfach nur enttäuscht von ihm, hab ihn nicht so eingeschätzt. Von ihm? Ja. Was hat er denn gemacht? 50,9. 50,9? Er hätte die Geschichte klären können, weißt du? Okay. Weil er die Wahrheit weiß. Okay. Ja. Und er hat's nicht gemacht? Nope. Wow. Ich dachte, ihr seid Freunde. Das dachte ich auch, aber naja, Gang ist wichtiger. Das ist halt so. Okay. Tja. Ja, aber naja, so weiß ich, was ich von den Leuten halten soll. Hm. Aber gut genug, um mich anzurufen und ob ich sein Auto kaufen möchte, da war meine Nummer dann gut genug. Wirklich? Ja. Wow. Allgemein, ich bin ziemlich enttäuscht von den Leuten von dort. Hm. Nein, verstehe ich. 52,4. Aber ist mir egal. 52,4. Wieder verschlechtert. Ja. Deswegen, man muss genau aufpassen. Naja, es gibt aber Dinge, die, da brauchst du nicht aufpassen oder kannst gar nicht drauf aufpassen und die werden erfunden. Ach so. Hm. So wie JP. Wenn das so wichtig ist, wie mit JP. Naja, wurde ja auch erfunden, dass ich mit dem irgendwas, ne? Hm. Ja. Tja, das war für mich auch eine ganz schwierige Geschichte, ne? Du sagst das, er sagt das. Ach, mich scheißegal. Schlussendlich habe ich aber dann mich für eine Seite entschieden. Sollen alle sagen, was sie wollen, weißt du, was ich meine? Hm. Ich weiß, was ich mache und was ich nicht mache, aber Respekt. Fahr doch mal schneller, du Hund. Aber Respekt brauchen die von mir nicht erwarten. Ja. Weil solche Leute nur am Lügen sind und, naja, ich weiß, was ich tue. Hm. 52,7. Ja. Also das finde ich auch absolut nicht okay. So hätte ich CJ auch nicht eingeschätzt. Wow. Ja, ich kann ihn verstehen. Ja? Hm. Naja, er hätte sich ja zumindest einsetzen können. Er hätte ja sagen können seinen eigenen Leuten, hey, ich weiß da was, was ihr vielleicht noch nicht wüsst, ne? Naja, aber du widersprichst ja, Mori, machst halt auch nicht so üblich, ne? Hm, du widersprichst ihm nicht, du erzählst ihm etwas, was er vielleicht noch nicht weiß. Ja, keine Ahnung. Und dann kann er mit der Information so umgehen, wie er will. Ja, scheiß einfach drauf. Ja. Ich sag nur, was ich getan hätte. Ja, ich weiß. Ich hätte es auch getan, aber... Siehst du? Anscheinend er nicht. Hm. Beziehungsweise, was heißt anscheinend? Er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Ja. Ich hätte ihn gar nicht so feil geeingeschätzt. 53, 0. Ja. Egal. Sollte das Leben einmal... Einer kommt, einer geht, weißt du? Ja. Alles so. Keine Sorge, ich behalte es für mich, ne? Ich spreche sie dir da nicht drauf an, oder so. Ja, alles cool. Weißt doch mittlerweile eh die halbe Stadt. Äh. Das ist doch immer so. Alle sagen, die sagen nichts, aber irgendwie weiß es trotzdem jeder, weißt du? Hm. Naja, wenn ich sag, ich sag nichts, sag ich wirklich nichts. Ja, glaub ich dir, alles cool. Naja, so ist es mit denen. Ja. Hm. Aber wie ich schon mal sage, einer kommt, einer geht.